Liebe Zuschauer, willkommen im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Thema Entspannung. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich damit sehr gut auskennt, der Elefterios Pursanidis. Hallo Herr Pursanidis, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Schneider, vielen Dank für die Einladung. Sie behaupten, dass man dauerhaft einen Entspannungszustand haben kann, ohne eine Entspannungsübung zu machen. Sind denn alle auf dem Holzweg, die bisher Entspannungsübungen machen? Klares Ja. Trotzdem vielleicht für diejenigen, die tatsächlich regelmäßig diese Entspannungsübungen machen, mit einem kleinen Eingeständnis. Also die Entspannungsübung ist ein Feuerlöscher. Ich nenne ihn einfach mal Feuerlöscher. Das heißt, wenn das Haus brennt, brauche ich natürlich einen Feuerlöscher und er macht dann auch Sinn. Viel wichtiger ist es allerdings, im Vorfeld zu schauen, dass erst gar kein Feuer entsteht. Das heißt, hier wurde aus meiner Sicht ein riesiger Markt entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren, der da heißt, ich gebe dir ganz viele Entspannungsübungen für diesen Zustand der Überspannung, der an sich in dem Moment zwar etwas bringt, aber nicht an die Ursache ansetzt. Was genau meinen Sie jetzt damit? Dieser natürliche Entspannungszustand ist etwas, womit wir auf die Welt kommen. Wir sind völlig entspannt. Wenn Sie kleine Kinder beobachten, dann sind die dauerhaft in einem völlig entspannten Zustand. So, also das ist unsere Natur. Dafür brauche ich nicht üben, sondern das steckt tief in mir drin. Jetzt passiert eins über die Zeit hinweg in der Jugend, in der Kindheit, Schule, Kindergarten. Ich bekomme Konzepte übergestülpt. Konzepte, die da heißen, du musst als Kind funktionieren. Du wirst nur dann geliebt, wenn du das tust, was Mama und Papa sich wünschen. Dann werden Jugendliche heute relativ früh auch mit den Themen Marken, Symbole, wie scheine ich nach außen und 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 konfrontiert. Das heißt, es entwickelt sich relativ schnell das Gefühl, ich bin nicht in Ordnung, so wie ich bin. Ich muss etwas tun oder ich muss etwas lassen. Und aus diesem inneren Zwiespalt heraus entsteht mit der Zeit einfach eine unglaubliche Verspannung. Und wenn ich da ansetze, brauche ich keine Entspannungsübungen mehr. Also heißt es, dass viele von uns erst mal ihre Kindheit aufarbeiten sollten, um dann mit der Entspannung weiterzumachen. Da sehen Sie mich jetzt ein wenig grinsen, weil ich mich natürlich oft mit Therapeuten zu dem Thema unterhalte. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen Sinn macht, vor allem dann, wenn tatsächlich ein traumatisches Erlebnis vorliegt. Da macht ein Aufarbeiten der Kindheit definitiv Sinn. Ansonsten halte ich es auch hier mit einem Zitat von einem sehr guten Freund, mit dem ich mich mal in einem Kaffee unterhalten habe zu dem Thema. Und ich gebe den mal ganz salopp so weiter, wie ich ihn damals gehört habe. Der hat gesagt, aus Scheiße wird kein Kakao, wenn man noch so lange darin rumrührt. Und das hat für mich auch oftmals diesen Charakter, dass ich muss jetzt meine komplette Kindheit aufarbeiten. Ich muss mich mit meinem inneren Kind aussöhnen. Ich muss jetzt gucken, dass ich die Beziehung kläre, die Beziehung kläre. Kann Sinn machen im Einzelfall, aber oftmals eben nicht. Ja, vielleicht für Sie noch als Vorstellung. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen sagenhaft schlechten Film ins Kino. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie auf die Idee kommen würden, sich danach eine Zehnerkarte zu holen, um diesen Film dann eben noch zehnmal anzuschauen, weil er wird ja dann auch nicht wirklich besser. Das stimmt. Also auf die Idee würde ich jetzt definitiv auch nicht kommen. Aber Herr Pusanidis, was braucht es dann? Achtsamkeit, wahnsinnig viel Achtsamkeit und extrem viel Selbstreflektion. Also Selbstreflektion heißt, jeder Mensch hat ein super gutes Gespür, wenn innerlich etwas passiert, also wenn er innerlich in eine Anspannung kommt. Das heißt, da ist ja ein Überspannsein, ja, und dieses Entspannen bringt er dann diese Ruhe in den Körper zurück. Das kann ich entweder machen, indem ich spüre, dass ich körperlich fest geworden bin, dann löse ich das, ja. Oder was die meisten intuitiv, unbewusst sowieso machen, ist, dass sie in so einem extrem Anspannungsmoment einfach einmal tief ein- und ausatmen. Ja, also der Körper weiß sehr gut, was ihm gut tut, was bei ihm funktioniert. Die wenigsten sind in der Lage, dem Körper das einzugestehen. Ja, also sie versuchen dann sofort irgendwie, entweder diese Anspannung zu überspielen oder mit irgendwelchen Übungen zu kompensieren. Muss ich das denn üben oder geht es auch ganz ohne üben? Es geht aus meiner Sicht total ohne üben. Also entweder Option 1, ich erinnere mich tatsächlich wieder, wie ich mich in meiner Kindheit gefühlt habe. Weil, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, dann war meine Kindheit, auch wenn es da Höhen und Tiefen gab, ja, wie bei allen, trotzdem extrem unbeschwert. Es war extrem leicht. Ich habe mir keine Gedanken über das Morgen gemacht und damit war mein Leben ein Dauerstrom von einem entspannten und glücklichen Zustand. An das kann sich jeder erinnern. Nur die wenigsten nehmen sich die Zeit dafür. Ja, das ist ja eigentlich, wie sagt man das so schön, ja, wie so einen, ja, wie so einen Keulenschlag. Braucht es den immer, dass man sich an solche Dinge erinnert? Weil wir leben ja heute in einer Zeit, da wo es eigentlich ganz wenig um diese Dinge geht. Klare Frage, klare Antwort, leider ja. Also viele brauchen tatsächlich den Keulenschlag. Der Keulenschlag, weil der Körper sendet ja permanent Signale. Er sagt, Achtung, du hast eine Grenze jetzt erreicht. Wenn du jetzt drüber gehst, dann verstärke ich das Signal. Und wenn ich das auch nicht wahrnehme, dann kommt der Keulenschlag, entweder die diagnostizierte Krankheit, der Partner, der sich möglicherweise überraschend von mir trennt, die Kündigung, die ins Haus reinrauscht. Bei mir war es ein sehr, sehr guter Freund, der total überraschend einfach morgens nicht mehr aufgewacht ist. Und all diese Dinge führen dann dazu, dass Menschen in so eine Art Selbstreflexion hineingehen und sich dann einfach nochmal grundlegend die Frage stellen, wie läuft denn mein Leben? Und dieser Akt der Selbstreflexion ist sehr verloren gegangen. Und das ist einer der wichtigsten Momente, um in diesem dauerhaften Entspannungszustand zu sein. Wenn bei mir aber jetzt das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, was raten Sie mir, wie komme ich da wieder raus? Also, was immer hilft, ist Atmen. Ja, also hört sich jetzt erstmal schräg an, ist aber tatsächlich so. Nochmal, der Körper, wenn Sie mal die Zuschauer fragen oder vielleicht auch bei sich selber schauen, ein Schockzustand, irgendeine überraschende Nachricht, die Sie bekommen, führt bei den meisten sofort zu einem... Ja, also der Körper weiß sehr wohl, was ihm gut tut. Das kann ich bewusst machen. Also ich könnte theoretisch und praktisch hergehen und sagen, ich nehme mir jeden Tag fünf Minuten Zeit, ich schließe meine Augen und lenke dann meine ganze Aufmerksamkeit eben für diese fünf Minuten bewusst einfach nur auf dieses Ein- und Ausatmen. Ich kann klassisch hergehen und Muskelentspannung nach Jakobsen machen und, und, und. Also es gibt wahnsinnig viele Dinge. Und noch einfacher, der einfachste Weg ist die eigene Insel. Die eigene Insel ist für mich etwas, was jeder hat. Es gibt Menschen, die gehen nach einem stressigen Arbeitstag noch mal zwei Stunden in den Garten und fühlen sich danach total entspannt. Es gibt Menschen, die kochen. Es gibt Menschen, die legen sich auf die Couch und starren an die Decke oder legen sich in den Garten. Das meine ich mit Insel. Diese Insel hat jeder. Und was die meisten versäumen, ist eben regelmäßig auf diese Insel zu gehen. Und all diese Dinge führen unter dem Strich dazu, dass ich, wie heißt es so schön, in meine innere Mitte komme. Das ist der Wesenskern der Meditation, in die Mitte kommen. Dazu muss ich aber keinen Schneidersitz machen und kein Omsingen, sondern ich gehe einfach den Dingen nach, die mir wirklich Freude machen, die mich erfüllen. Und wenn ich das jeden Tag fünf, zehn Minuten mache, dann entspannt sich mein Körper immer mehr. Und das ist, wie wenn ich aus einem übervollen Luftballon ganz kontrolliert die Luft rauslasse. Wenn jetzt unsere Zuschauer sich da weitergehend informieren wollen und Entspannungsübungen ohne Üben gelernt bekommen möchten, wo können sich die noch informieren, wie das genau funktioniert? Also wir haben zu sehr, sehr vielen unterschiedlichen Lebensthemen. Also wir heißt Drei Freunde und ich. Wir haben ein Projekt gestartet vor zweieinhalb Jahren. Das nennt sich der Weg des Kriegers und der Kriegerin. Und wir haben auf unserer Webseite zu unterschiedlichen Lebensthemen Blogs geschrieben, die tiefer in diese Themen einsteigen. Alle, die auf dieser Seite sind, können sich dort ein kostenfreies E-Book runterladen. Das ist ein Neun-Tages-Programm, das heißt in neun Tagen zu mehr innerer Leichtigkeit. Es ist kein Berieselungsbuch, es ist kein Lesebuch, sondern es ist wirklich ein Arbeitsbuch. Es wird für jeden Tag eine Aufgabe mit in den Tag hineingenommen, wo es dann darum geht, die praktisch umzusetzen und dann zu schauen, macht das was mit mir? Was macht es mit mir? Und wer dann richtig tief eintauchen will, der kommt eine ganze Woche zu uns und dann steigen wir eine Woche sehr tief in unterschiedliche Themen ein, die dazu führen, dass die Menschen zu sich und ihrer wahren Natur zurückfinden können. Vielen Dank für die spannenden und für mich auch ganz neuen Informationen rund um das Thema Entspannung. Herr Pursanidis, vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Vielen Dank für die Einladung. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.